Musik Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 4 Video. In diesem Video seht ihr eines meiner besten Gameplays, die ich bis jetzt in der Beta erspielt habe. Das Ganze habe ich auf der Map Frequency mit der Chorde, der spielt. Eine MP, die ziemlich ähnlich zu der PDW aus Black Ops 2 ist. Außerdem hatte ich den Spezialisten Nomad am Start, welcher aus Black Ops 3 zurück ist. Aber in Black Ops 4 wahrscheinlich öfter genutzt wird, weil er diesmal nützliche Spezialistenfähigkeiten hat. Er kann nämlich einen Kampfhund zur Hilfe rufen. Das Ganze funktioniert ähnlich wie die Kampf- und Killstreak in Ghosts, falls sich da jemand dran erinnern kann. Ja, der hat im Gameplay den einen oder anderen Kill gemacht. Als Gadget hat er quasi eine Art Stolperfalle, die mir im Gameplay einige Male so ziemlich den Arsch gerettet hat. Wie genau das funktioniert, seht ihr dann gleich in-game. Okay, soviel dazu. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu Black Ops 4 in die Kommentare. Und lasst doch ein Abo für weitere Black Ops 4 Videos da. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video und let's go. Auf der Map bin ich nicht ganz so gut. So, fertig geladen. Nomad. Und die Swordfish. Eigentlich mal liegt das irgendwie so in so ein paar Sekunden, ne? Rappen vor Bug. Einige Spieler haben Bugs in Betas. Andere haben Bugs noch nach drei Jahren. Andere haben Bugs jedes Jahr. Ja, ja. Ja, Hashtag Schild Bug. Boah, was ne Fetzerei, Alter. Hör mal. Spritzer rein. Boah, der Swordfish ist köstlich, der Gun. Das neue M8, weißt du? I know. Drohne ist der Fester für Aufgaben. Drohne? Du, das ist gar kein Problem, das ist ja gerade geholt. Werde kurz vor Drohne. Ich will den Haley dann doch ganz gerne haben. Deswegen hole ich mir das aber an der Vorräte ab. Auch geil, ne? Die Swordfish hat als Ironside quasi ein Visier. Mantis, oh mein Gott. Lucky me. Wir dürfen ohne, dass ich mal einfach einen Glück haben. Jetzt hole ich mir mein Heli, Digga, mit dem Mantis. Moin, Finn. Ich krabbel mal vor. Oben. Digga, ich bin eins vor oder so. Ich bin, glaube ich, mitten im Gegner geworden. Du, das ist gar kein Problem, dass ich gestorben bin. Nice. Nice. 1V bin ich jetzt. 1V Heli. Digga, ich weiß nicht, von wo die... Okay, die Gegner kommen von da. Oh, nein, jetzt habe ich da einer gesehen, hier, Digga. Oh, hier sind viel zu viele Gegner. Okay, jetzt nochmal die Corded. Nice. Oh, ich bin 5 Punkte vor, Digga. Hab Heli. Oh, meine Fresse, ey. Das war jetzt aber auch anstrengend, Digga. Das Spiel ist aber echt derbe taktisch für. 16-0. Ach, komm, ja, da ist wieder meine Mund. Also jetzt mal ohne Witz, wer... Weg hier, Digga. Oder? Was ist los? Nein, nein, nein. Gebt mir echt die Schocktote. Nice. 18-0, Digga. Ja, Mann. Nice. Let's go. 18-0. 21-0. Hundi. Zieh durch. Ja, Mann. Ach so, den Heli oder was? Oder was du brauchst. Ja, ja. Unter anderem. Kannst du mich kurz protecten hier ein bisschen? Weil... Oh, nein, nein, nein. Als ob die Swans flippen. Sag ich jetzt nicht die Swans flippen, Digga. Sonst reiß ich komplett aus. Digga, was mach ich eigentlich? Drohne? Ja, Alter. Ja, rein. 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 Schön, Hundi. Feiner Hund. Nice, Digga. Jetzt sind aber auch Noobs hier. Let's go. Noch ein Heli, Digga. Raus, die Olga. Nein. 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 Ja, Digga. Nein. Nein. Jetzt machen wir mal der letzte. Ja, die sind 2 Fuck-Drohnen. Oh mein Gott, Digga. Fuck, Alter. 33 1. Aber richtig geiles Gameplay, man. Alter. Der eine hat mich geholt. Der hat mich geholt, der Typ da. Der Leon BVB. Weil er Geist dabei hat und ich ihn aus der Drohne nicht gesehen hatte.